Wenn ich jetzt sage, ich bin Veganer, dann kaufe ich mir aber kein Schnitzel, wo Siegespäne oder weiß ich was für ein Kram drin sind. Ja, ist mir ja auch egal. Oma und Opa, das sind die Menschen in unserer Familie, die total wichtig sind, mit denen uns aber in der Regel am wenigsten gemeinsame Zeit bleibt. Meine Oma ist jetzt sehr plötzlich verstorben. Da mache ich mir natürlich schon häufig Gedanken drüber, ob er sich irgendwie alleine fühlt. Die nutzen wir oft gar nicht so richtig aus, obwohl diese Menschen ja schon ein komplettes Leben gelebt haben. Die haben schon geliebt. Ihr seid schon noch eigentlich ein bisschen verliebt zueinander, oder? Ein bisschen schon noch verliebt. Ja, ja. Und getrauert und wir wissen eigentlich viel zu wenig darüber. Und das wollen wir heute ändern. Glaubst du, dein Enkelkind hat schon mal Drogen genommen? Ich meine die jungen Leute von heute. Hast du schon mal Drogen genommen? Was kennst du denn so für Drogen? LSD oder sowas? Heute gibt es richtigen Real Talk mit Oma und Opa. Wer will anfangen? Fliebler Flug. Zähre-Stamm-Papier. Zähre-Stamm-Papier. Ich glaube, wir müssen einmal den Stuhl tauschen. Der quietscht so ein bisschen. Mano quietscht nicht. Ja, doch, doch. Ja. Ja. Oh, das ist Weihnachtsmusik. Okay, ja. Ah, okay. Unentschieden. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Okay. Was war die glücklichste Zeit im Leben deines Opas? Ich glaube, als sie nach Deutschland gekommen sind. Sie sind von Rumänien nach Deutschland gekommen, weil da die Schwestern auch waren von meinem Opa. Und ich glaube auch schon die Eltern. Was war die glücklichste Zeit im Leben deiner Oma? Ich glaube, so die Zeit, als sie mit meinem Opa so viel verreist ist, waren die so auf Barbados. So darf ich. Was war die glücklichste Zeit deines Lebens? Als ich meine Frau geheiratet habe. Kannst du ein bisschen davon erzählen, von der Hochzeit? Wir haben geheiratet nur in meinem... Das macht nichts. Ja. In meinem Heimatdorf. Und es war wunderbar, wie wir uns das Jahrwort gegeben haben. Es war wirklich schön. Jetzt, wo ich 80 geworden bin, habe ich der Oma gesagt, ob sie schon nachgedacht hat, dass wir uns 55 Jahre kennen. Oder über 55 Jahre schon kennen. Ihr seid schon noch eigentlich ein bisschen verliebt zueinander, oder? Ein bisschen schon noch verliebt. Ja? Ja. Würde das die Oma auch so sagen? Ja. Wir haben so viel mitgemacht. Ja. Mit Blasmusik. Tink, Tarassa, bumm, bumm. Einmarschiert. Einmarschiert. Was war die schönste Zeit in deinem Leben, Oma? Die schönste Zeit war, wo die Kinder auch noch klein waren. Und dann sind wir auf dem Campingplatz und haben die ganzen sechs Wochen die Ferien immer da verbracht. Das war schön. Ich habe gesagt, so die Reisen mit Opa. Ja. So Barbados. Damals kam von dem Flippern Barbados. Und da habe ich gesagt, da wollen wir hin. See, rote Sonne vom Barbados. Für dich und mich schreiß ich immer noch. Das war total toll. In den Jahren war ja noch die British West Indian Airline. So Flugzeuge gibt es ja heute gar nicht mehr. Das war eine Ausstattung. Allein das schon bei den ganzen Urlaub wäre. Damals durfte man hinten dann auf dem letzten Jahr auch noch rauchen. Das war natürlich wichtig, ne? Ja, für uns damals schon. Ja, damals hat jeder, es gibt doch keinen alten Film, den man sieht, wo keiner eine Flippe im Hals hat. Alle. Da haben alle geraucht. Was ist der Lieblingssong von deinem Opa? Ich muss sagen, da habe ich echt gar keine Ahnung. Was ist dein Lieblingssong? Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh. Das waren Zeiten, als wir travelten von Town zu Town, von Frown zu Frown. Glaubst du, dein Enkelkind hat schon mal Drogen genommen? Versucht wird es vielleicht mal haben. Ich meine, die jungen Leute von heute wollen wissen, wie das vielleicht ist. Warum nicht? Hast du schon mal Drogen genommen? Nein. Zu meiner Zeit, Jugendzeit, hat es das nicht gegeben. Auch kein Gras oder so? Nein, das hat es nicht gegeben bei uns. Hast du schon mal Drogen genommen? Ach so, ja. Aha! Aber was denn? Ich habe gesagt, ich hätte es dir zugetraut, dass du es mal ausprobiert hast. Aber also was denn? Naja, Drogen. Was kennst du denn so für Drogen? LSD oder sowas und diese komischen so Bonnchen. So ein Hustenbonnchen. Ja, Existik meinst du. Ne, also sowas Hartes habe ich noch nie genommen. Es gibt ja so Brownies, die man auch backen kann mit Gras. Und das habe ich einmal probiert. Und, glaubst du, deine Oma hat schon mal Drogen genommen? Ne, das habe ich nicht. Also meine Oma hat geraucht und getrunken. Getrunken hört sich schlimm an. Aber ich meine, gut gefeiert haben wir schon. Machen wir auch immer noch, ne? Ja, machen wir auch jetzt noch. Also so ein halber Liter Aperol, das war kurz vor einem Eimer dann Griechen. Ja, und das bei 24 Grad in der Sonne, kann man doch trinken, oder? Ja, aber ich fand das heiß, dass meine 80-jährige Oma da so einen halben Liter weghaut. Na, das war nicht schwierig. Ne, klar. Was ist das Schwerste am Alleinsein für deinen Opa? Am schwersten ist natürlich, dass er meine Oma doll vermisst. Das glaube ich schon. Meine Oma ist jetzt sehr plötzlich verstorben. Da mache ich mir natürlich schon häufig Gedanken drüber, ob er sich irgendwie alleine fühlt. Glaubst du, es gibt konkrete Momente, wo dein Opa merkt, okay, jetzt ist es gerade irgendwie schwer, alleine zu sein? Die Situation, wo man vielleicht doch mal was Besonderes erlebt oder was Aufregendes erlebt und da vielleicht erst mal im ersten Moment niemand ist, mit dem man das so teilen kann, wie man das vielleicht mal hat. Worauf bist du an deinem Enkelkind besonders stolz? Ich bin auf den Maxi besonders stolz, weil er so ein guter Bub ist, dass er jetzt seine eigene Wege geht. Ich glaube, es war für ihn eine schwere Zeit, aber er hat es durchgegangen. Das ist sehr gut. Die Frage ist, Opa, was ist das Schwerste am Alleinsein, finde ich? Es gibt Zeiten, da ist es einfach so gut. Und dann gibt es natürlich Phasen, wo wirklich Alleinsein deprimierend ist zumindest. Wir hatten einen Wohnwagen, haben lange Zeit auch Campingurlaub gemacht und ich habe gedacht, okay, fährst du mit allein? Das habe ich zweimal gemacht. Wenn du dann abends im Wohnwagen sitzt und irgendwann ist immer Abend, es ist ja nicht so, dass es keinen Abend gibt, dann erinnern dich ganz viele Dinge an dieses Gemeinsame und das ist mir schwergefallen. Irgendwie habe ich dann viel versucht, da nicht so viel drüber nachzudenken, aber ja, manchmal fehlt sie mir schon da. Da gibt es schon Dinge, die mich eben stark berühren, aber nicht so stark wie jetzt, wenn du traurig bist. Worauf bin ich an dir besonders stolz? Oh, wow, weiß ich nicht. Bin ich fleißig? Ne, nicht so, ne? Ich habe erzählt, dass du so ein guter Bub warst und was ich noch gesagt habe, für die späteren Jahre bin ich stolz, dass du deinen Weg gegangen bist. Der Weg, der was für dich nicht einfach war. Wow, okay. Ja, wie ich das hundertprozentig gewusst habe, dass du schwul bist, da habe ich geweint. Ja. Weil ich habe mir gedacht, die Gesellschaft ist ja noch nicht so weit oder viele, dass man das einfacher akzeptieren kann. Oma und ich, wir haben es akzeptiert und da hat es mir leid getan. So habe ich das noch nie gehört irgendwie, aber ich finde, das wusste ich gar nicht, aber ich finde, nie über das gesprochen. War das für dich direkt am Anfang okay? Ich habe das akzeptiert, wenn er das so empfindet und er das so will an, dann habe ich das akzeptiert gleich. An was ich noch gedacht habe, muss ich schon sagen, der Maxi ist so ein schöner Bub. Wahrscheinlich kann ich keine Enkel jetzt von ihm haben. Das habe ich schon gedacht, muss ich sagen. Bei welchem Thema gehen unsere Meinungen auseinander? Veganer und vegetarische Ernährung. Wenn ich jetzt sage, ich bin Veganer, ich bin gegen alles andere und ich mache das, dann kaufe ich mir aber keinen Schnitzel aus irgendwelchen komischen Zutaten. Wieso? Nee, wenn ich kein Fleisch essen will, dann esse ich kein Fleisch. Dann brauche ich mir keine falsche Wurst kaufen und kein falsches Schnitzel. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass man... Doch, da geht es drum. Nee, also ich esse kein Fleisch aus ethischen Gründen. Das ist ja auch was anderes. Das akzeptiere ich voll. Ja, aber ich kaufe mir auch ein veganes Schnitzel, haben wir das in der Pfanne. Weil ich mag doch trotzdem noch den Geschmack. Nur weil ich will, dass da kein Tier für stirbt. Nee, aber also da irgend so was mit Boussiegespäne oder weiß ich was für ein Kram drin sind. Aber Oma, das ist doch mit der Mortadella auch. Da sind doch auch tausend... Ich esse auch Mortadella, esse ich auch nicht. Aber esse ich... Also Lina, gibt es etwas, das ich mache, das dich sauer macht? Es gibt eine Sache, die mich wirklich sauer macht. Da kam Papa zu mir und meinte, dass du die Treppe runtergefallen bist. Da habe ich gefragt, war der denn schon beim Arzt? Da meinte Papa, nö. Also das macht mich wirklich sauer. Kann ich nicht nachvollziehen, weil... Hier gibt es genug Ärzte. Es kostet ja nichts, es kostet nichts. Du könntest dir zumindest nächstes Mal denken, mir ist es gerade vielleicht nicht so wichtig. Aber Lina ist es wichtig. Deswegen gehe ich jetzt zum Arzt. Aber das würde nicht automatisch bedeuten, wenn mir das noch einmal passiert, ich auf jeden Fall zum Arzt gehe das nicht. Manchmal bist du ja auch schon ein Sturkopf. Ja, ja, das ist das eins der Probleme. Ja, zum Beispiel so mit Sprache. Also ich würde gendern, wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte. Ja, das ist doch völlig hier nicht. Was wollen wir denn mit so einer verkehrten Sprache? Was soll das? Aber Sprache verändert sich doch immer. Wir reden doch auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Nee, also da sind manche Dinge bei, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe die noch nie vorgeschrieben zu gendern, oder? Oder wurde dir das schon mal vorgeschrieben? Nö. Ich meine, es kann ja was geben, wo ich mich auch mal drüber aufregen darf. Ja, es sei dir auch gelassen, aber da gehen unsere Meinungen auseinander. Dann bleibt eben jeder bei seiner Meinung. Hat dein Opa Angst vor dem Tod? Ich glaube, da kann ich mit ziemlich großer Sicherheit sagen, nee. Das ist auch was, worüber wir noch nie so direkt gesprochen haben. Da würde auf jeden Fall richtig was wegbrechen. Ähm, und ich merke auch gerade, dass, also ich glaube ich schon Angst habe auch vor seinem Tod. Das hat sie, glaube ich, nicht. Das sagt sie auch. Sie sagt, sie ist jetzt halt 80 und sie hat irgendwie ein erfülltes Leben gelebt. Und das ist okay so. Ich würde sagen, wir haben beide Vertrauen darin, dass es halt nicht nur das Leben auf der Erde gibt. Ich glaube, die Angst, die ich vor seinem Tod habe, ist sehr viel größer als die Angst, die er vor seinem eigenen Tod hat. Hast du Angst? Vor Omas Tod? Ja. Ja. Oh Gott. Ähm. Ja. Äh, ja. Schade. Scheiße. Aber ich wollte nicht so doll heulen. Ähm. Ja. Nee, habe ich schon Angst vor. Mehr als sie auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Was war das denn für ein schlimmes Thema? Hast du Angst vor dem Tod? Nee. Also, kann ich so beantworten. Ich habe keine Angst. Ich möchte nur noch ein paar Jahre leben und gesund leben. Hast du Angst vor dem Tod? Nein. Weil ich das einfach als ganz normalen Lauf ansehe. Wir müssen alle sterben. Und es hat doch keinen Sinn, dass ich mir da was vormache. Du hattest ja ein erfülltes Leben. Ja, deswegen. Und das, was ich jetzt noch mache, ist alles Zugabe. Inge hat mich so sehr an meine eigene Oma erinnert, die dieses Jahr gestorben ist, erst vor ein paar Monaten. Vielleicht geht es euch ja so ein bisschen wie mir und ihr habt auch schon Großeltern verloren. Aber super viele Fragen, die ihr ihnen eigentlich noch gerne gestellt hättet, dann schreibt uns die doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht können ja dann andere Leute ihren Großeltern diese Fragen auch stellen. Als meine Frau gestorben ist, ich habe dann selbst die Trauerrede gehalten. Mit Schwierigkeiten sicherlich, ne? Aber das war mir auch wichtig, weil in meinem Hinterkopf immer so ein Satz steht, der Tod soll keine Macht haben. Und das sehe ich auch so. Ich weiß, diese Person ist nicht mehr da. Das weiß ich. Und wenn ich sterbe, bin ich als Person nicht mehr da. Aber ich bin sicher, dass ich in den Gedanken der Menschen, die mir nahestehen, bleiben werde. Wie sah das erste Date deiner Oma mit deinem Opa aus? Und wie lief es? Meine Oma und mein Opa haben sich bei einer Zeitungsanalyse kennengelernt. Also ich tippe mal, es war irgendwie beim Tanzen oder so, dass sie sich kennengelernt haben. Ich glaube, Opa gefällt die Musik sehr gut. Und was hörst du gerade? Was hörst du? Funktioniert, funktioniert. Ich habe da extra die Flippers für mich genommen. Ja, hast du dich gefreut? Ja. Hast du die rote Sonne im Opa das Gesicht? Ich glaube, dass meine Oma schon sehr aufgefallen ist damals. Ja, ich glaube, er hat schon gedacht, die spreche ich jetzt mal an. Wie sah das erste Date mit Oma aus? Wie ist es gelaufen? Ach, du Schreck. Das erste Mal habe ich die Oma gesehen. Da hat ein Freund von der Schule gesagt, wir machen eine Hausparty. Das erste Date mit Opa. Ich bin mit ihm zum Rotskopf gefahren. In ein Lokal. Hoher Rotskopf. Das ist ja der höchste Berg im Vogelsberg. Und da hatte ich dann meine Freundin mit ihrem Mann auch hingeschickt. Die sollten auch gucken. Weil wir uns da ja getroffen hatten. Und dann haben wir da Kaffee getrunken. Was war dein erster Gedanke, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ja, die ist klein, blond. Die können zu mir passen. Wir haben uns verabredet, dass wir uns nochmal sehen. Nächsten Samstag um die Uhrzeit treffen wir uns wieder. Haben sich beide dran gehalten? Haben sich beide dran gehalten. Was war dein erster Eindruck von dem Opa? Eigentlich so gar nicht so doll. Aber weil der sich nachher nicht gemeldet hat, war ich so sauer. Das fand ich also ungeheuerlich, dass er gesagt hat, ich melde mich und hat sich dann nicht gemeldet. Dann hat aber seine Schwägerin bei mir angerufen. Ja, er hätte gesagt, ich würde ihn ja sowieso nicht nehmen. Und dann habe ich gesagt, aber klar, es hätte mir ja gefallen und wir würden uns schon nochmal treffen. Und fandst du ihn attraktiv? Ja, dann. Ja, also beim zweiten. Beim zweiten? Ja, da habe ich erst richtig hingeschaut. War ja auch ein schmucker Kerl, Opa. Ja. Früher ging das alles auch immer schneller. Naja, ich war auch nicht gerade hässlich. Du, nein, 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 das wollte ich nicht sagen. Würdest du das nochmal so machen? Ja. Würde ich auch wieder so machen. Und wir waren 58 Jahre verheiratet. Was glaubst du, möchte Lina noch mit dir erleben? Also ich vermute mal, dass Lina schon gerne erleben würde, dass ich sie noch ein Stück begleiten kann. Einfach bei den nächsten Entwicklungen in ihrem Leben, dass sie mich noch an der Seite hat. Wie ein Pils, auf dem sie stehen kann. Oh, das hast du schön gezeigt. Lina, was willst du noch mit mir erleben? Eigentlich viel. Als du deinen Wohnwagen noch hattest, hatten wir schon mal überlegt, zusammen in die Berge zu fahren und zu wandern. Das finde ich nochmal schön auf jeden Fall. Das würde ich gerne nochmal machen. Vielleicht nochmal ein bisschen intensivere Zeit. Wir hatten jetzt ja schon auch einige Situationen jetzt, vor allem über das letzte Jahr, wo ich dich angerufen habe. Und irgendwie das, mir ging es nicht gut und ich habe irgendwie, ja, muss ich jetzt das immer ein bisschen weinen. Das muss so sein, das ist völlig okay. Ja, weil... Dafür hast du eine Oper. Ja, und ich glaube, du bist halt manchmal, ja, eine sehr, sehr große Stütze für mich. Ja, aber will ich auch sein. Ja, und ich habe halt natürlich Angst manchmal, dass das irgendwann nicht mehr ist, so. Ich werde irgendwann sterben. Das wird nicht bedeuten, dass da nichts mehr ist. Du wirst nicht ohne Halt sein. Das wird nicht sein. Ja. Mir rollt dann auch eine Träne so, ne? Ich kann nicht aushalten, wenn sie weint. Wir hatten einige Fragen im Gepäck, aber es ist jetzt noch nicht vorbei, denn jetzt bekommt jeder die Möglichkeit, noch eine eigene Frage zu stellen. Hast du mal überlegt, dich von Opa zu trennen? So in den ersten Jahren. Naja, wie soll ich sagen? Ich war auch ein bisschen eifersüchtig. Ja. Manchmal ein bisschen mehr. Obwohl es nachher sich herausgestellt hat, dass es eben nichts war. Aber naja, Eifersucht fragt da nicht nach. Ich hatte dann die Kinder schon im Auto und wollte zu meinen Eltern fahren. Ja. Und dann bin ich aber nur bis auf den Hof gekommen, dann bin ich wieder zurück. Dass die Ehe so kaputt gewesen wäre, dass ich mich hätte trennen wollen, das war es nie. Ich habe ja, wie gesagt, meinen Opa vergöttert. So geht es nicht mehr. Aber ich hätte es mit dem nicht ausgehalten. Ja, weißt du, Liebe fragt da nicht nach. Ich habe eben den Mann geheiratet, den ich wirklich liebte und mit dem ich gut zusammengepasst habe. Und da wäre ich da nie drauf gekommen. Also jedenfalls jetzt nicht ernsthaft. Ich könnte ihn fragen, warum er nie Fußballfan geworden ist. Ich bin so ein Bayern-Fan. Sein Vater ist ein Bayern-Fan. Seine Mutter war ein Bayern-Fan. Warum er nie Fußball geliebt hat? Na, Maxi, warum nicht? Also mir war es immer egal, ob die gewinnen oder verlieren. Und ich habe nie verstanden, warum du dann immer sauer warst. Wenn Bayern verloren hat. Ja, so ist es. Wenn man Fußball ist, ist es eine Leidenschaft, ja. Und wir sagen nie, wir werden schlagen, wenn Bayern verliert. Wenn Bayern verliert, ja. Lina, bist du mit dem, wie du jetzt bist, wie du jetzt lebst, bist du damit einverstanden? Im Grunde bin ich mit meinem Leben sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich und auch mit mir sehr zufrieden. Und einfach zu sagen, worauf habe ich wirklich Lust und was macht mich wirklich glücklich. Und da würde ich sagen, das meiste weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich es irgendwann wissen werde und dass es auch gut werden wird. Sehr schön, Maxi. Doch, war es schon wichtig. Mein Bild jetzt, was ich von dir habe, hat sich ehrlich gesagt überhaupt nicht verändert. Es ist so, wie ich dich liebe. Ich dich auch. Ich fand es toll. Ich fand es auch richtig schön, dass du das gemacht hast. Da ist mir wirklich, wirklich viel ummer. Leute, wenn euch das Video gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr das weiter schickt in eure Familiengruppe. Und wenn ihr eure Großeltern noch habt, dann stellt ihnen mal diese Fragen, weil glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr weihnachtlichen Content von uns, dann klickt doch mal hier oben. Und hier unten kommt ihr zu einem richtig coolen Video von den Datteltätern. Und hier könnt ihr uns ein Abo dalassen. Frohe Weihnachten!